auch im jahresendsport macht apple hier nicht langsamer mit den updates freunde und damit herzlich willkommen hier bei mir bekehrt ihr seht ios 13.3.1 beta 1 ist da ja wenig überraschend ich habe nur gerätselt ob wir die 13.4 direkt bekommen oder ob es dann ein punkt 1 update gibt aber ihr seht es ist ein punkt 1 update und es ist ein kleines update also ich komme hier von der letzten beta und habe gerade mal 272,1 megabyte an update größe hier angezeigt bekommen und durchaus haben wir speicher frei geräumt ich hatte vor dem update 89,41 frei und wir schauen mal wie es jetzt aussieht 91,17 also ja ein bisschen was wurde hier aufgeräumt aber die frage der fragen was steckt drin ja und in den release notes hat apple sich sehr sehr bedeckt gehalten bug fixes und naja ihr wisst schon das übliche nichts konkretes also erwartet hier keine neuen funktionen keine neuen features keine großen änderungen aber was apple hier wohl behoben hat das ist ein bug und zwar in dieser elterlichen kontrollfunktion die finden wir ja wenn wir hier in die einstellungen reingehen unter dem punkt bildschirmzeit hier ist er dort kann man ja die kommunikations limite festlegen neuerdings und da können eben die eltern steuern mit wem die kinder kommunizieren sei es whatsapp sei es messaging sei es e mails oder auch telefonate und können dort auch steuern wie lange und mit wem das ganze gesteuert wird und da kann man zum beispiel festlegen dass das nur für kontakte gilt und da gab es ein kleines problemchen nämlich konnte man diese kontrollfunktion hier ja echt kinderleicht umgehen denn jedes mal wenn hier zum beispiel ein anruf reinkam der nicht hier in den kontakten drin war und es war so eingestellt dass nur kontakte hier kommunizieren dürfen dann konnte man leider ja sehr leicht die kontakte einfach zu icloud hinzufügen per knopfdruck und schon war das ding in den kontakten drin und es konnte kommuniziert werden also da wurde hier dieses ja elterliche tool überwachungs tool sage ich mal steuerungs tool komplett ausgetrickst bei dieser bei dieser geschichte und das hat apple jetzt wohl behoben dass das nicht mehr der fall sein soll ja und damit wären wir eigentlich auch schon durch mir ist hier echt nichts aufgefallen wenn apple schon gar nichts groß in die release notes rein schreibt können wir davon ausgehen jo da ist auch nicht viel los es läuft alles wie gehabt keine neuen icons keine neuen funktionen aber eine sache ganz interessant leider negativ interessant für mich schaut mal her ich habe wieder assistive touch aktiviert auf meinem iphone 7 wenn ihr mein letztes video gesehen habe da habe ich ja war ich ja völlig perplex dass das letzte update meinen home button repariert hat und er hat dieses update hat den home button wieder kaputt gemacht ich verstehe es nicht wirklich also er hat vorher funktioniert ich habe das käbelchen so ganz leicht beschädigt beim akkutausch hatte dann assistive touch aktiviert und nach dem letzten update konnte ich wieder hier auf dem home button klicken und jetzt geht es eben wieder nicht also echt komische geschichte kann das sich einer von euch erklären wie das sein kann dass ein software update hier so auswirkungen hat also ich ehrlich gesagt nicht ich hoffe nach dem beta 2 update ja geht da vielleicht wieder mein home button aber das nur am rande so ihr merkt schon ich habe nicht mehr mehr zu erzählen deswegen geht der onkel mal wieder hier in den geekbench rein den habe ich natürlich drüber laufen lassen und das sind die werte 3544 im single core score und 6032 im multi core score und wenn wir da mal den kurzen vergleich ziehen haben wir im single core score über 200 punkte dazu gewonnen und im multi core ja da hat sich eigentlich kaum was geändert so knappe 31 punkte haben wir dort verloren also insgesamt dann der performance schraube schon ein bisschen nach oben gedreht zumindest bei den leichteren dingen die hier im single core dann dargestellt werden ja leute und das wäre es gewesen mehr gibt es hier nicht zu sagen zur ios 13.3.1 beta 1 ich halte euch auf dem laufenden wir sehen uns mal schauen man ach so noch eine kurze sache wir erwarten hier nicht allzu viele betas freunde ihr seht da steckt nicht viel drin vielleicht zwei maximal drei betas die hier raus kommen wahrscheinlich jetzt schon im wöchentlichen rhythmus ich denke mal dass wir so anfangen in der ersten januar woche das update hier 13 31 für alle geräte sehen werden das nur noch kurz so vorab meine prognose ihr könnt gerne immer wieder dagegen reden aber wir schauen einfach mal ich sag mal erste januar woche dann kommt das update hier für alle ja und was so in der zwischenzeit kommt das erfahrt ihr natürlich hier bei mir abkett ich halte euch auf dem laufenden und sage tschüss bis zum nächsten mal macht's gut bis zum nächsten mal